Und so, und auf geht's wieder mal im The No Game. Oder, ja, The No Game. Das ist No Game, aber doch ein Game. Aber dann machen wir uns hier mal weiter und besieden, um diesen scheiß Dark Lord mal wieder zu besieden. Mal gucken, wie es diesmal wird. Müssen wir dann seinen Tod kaufen? So. 150, 200, so, das müsst ihr euch ausreichen. Du hast einen Schlüssel, eine Feder, und eine Truhe. Nein, reicht nicht aus, schade. Oh, ich hätte fast drin müssen. Die Hitzel wieder. Muss ich nicht erfangen. Mist, ich muss nicht erfangen. Scheiße. Das scheint dauern. Wart euch auf ein Eiffel vor. Wann. Wann. Lass auf! Lass auf! Beziehung ist es! Lass auf! Lass auf! Lass auf! Geht gleich! Lass uns! Lass uns! Da! Lass uns! Ähm... Mist! Lass uns! Mann! Dieser scheiß Schlüssel! Lass uns! Lass uns! Mann! Lass uns! 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 Schau hier! Ein Souvenir aus der alten Version! Und ich sehe es noch nicht! Hero! Der Weg ist klar! Öffne die Tür! Quick! Ah! Lass uns! 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 Äh! Richtig! Du scheinst vergessen zu haben, wer ein Mod screening für den dunnen... Helium! parties знает ... Please Du hast recht da ja! Genut geredet, komm her und kämpfe! Haha, bereit auf einen langen und schmerzvollen Kampf vor Dark Lord. Was kommt da? Eine 950 Schwererrüstung. Oh, das ist nicht 600 Pfund. Schwererrüstung besiegt einfach mal den Dark Lord. Ein Schlagmann. Und Schlagmann. Easy? Das war easy. Oh, ich hab mich mit der... You mean the white? Da wird die vermuten. Da kommt er wieder und hat er aber recht hat. Du bist frei Prinzess, das ist glaube ich derselbe Satzbomb. Und da hat er mein tapfer Ritter. Ich bin schon... Ja, ja, we've had it before. Please dammit! Tschüss dich endlich. Und... Hier wir gehen. Der Exit hat wieder appeared. Wir werden endlich wieder able to live. Danke, brave Hero, für... ... deine Hilfe. Ich hoffe, dass ich dich glücklich sein werde. Und ich habe viele kleine... ...sprites. Los geht's, User. Los geht's nicht los. Ich glaube, es sind... ...anen Schlüssel mehr auf dem Lager. Oh, Duffstock. Ah, gut gespielt, Mr. Glitch. Gut gespielt. Wir sind hier... ...永遠. So, das ist jetzt... Vielleicht ist noch einer Schlüssel in der... ...liegen deren Truhe. Eine Karte. Das ist eine Karte der Rition. Great! Die Game Map. Wir warten, bis wir mit der Abenteuer gemacht haben, ... um uns eine Karte des Spiels zu geben. Oh! Und eine blankere Karte, auch! Leer, aber Karte. All right. We need a key to unlock this last DLC. This map will, at help, let us search the area from top to bottom. Hopefully we will be able to find a solution. Oh, die finden eine Lösung. Ach, da! Voll in den... ...fuhrer. Voll in der Führer. Wir haben zwei Deltmeer. Jetzt haben wir ins Haus. Wo sein T-Shirt noch liegt. Abverschlossen. Die Map ist complete. Wir sind all over the place, und... ... und... ... da sind keine Keys in sight. Ah, hier wir sind. Stuck für Eternity in F2P. Er... F2P! F2P! Ich kann nicht vorstellen, ... ein schlimmer Scenario für den Rest in meinem Leben. Even being stuck in Ship Simulator ... wäre heaven, compared to das. Ich bin sehr sorry, User. ... ... ... Oh, willst du nicht einhören Prinzess? Äh... ... die sind sehr lustig. Was magst du an Filmen? Truncher Proton? Nein, ich mag welche Art der Filo schaust, denn gerne. Die Art Fühle, die bei der ein Proton füttern kann. Wir nehmen die Map. Was für eine Musik hast du zur Entspannung? Proton-Deads-Metal. Und das nennst du Musik? Was hast du denn gesagt? Ich sagte, haltest du das für Musik? Nein, Proton-Metal ist Street. Wir haben einen Schlüssel. Die Map. Ich hoffe, du kannst endlich nach Hause gehen. Ja, ja. Ich bin 100% sicher, das ist endlich das richtige Exip. Danke für alles. Auf Wiedersehen, alle! Das Ende der Qual. Falschmaß. Hm. Schwarzer Zielspiel. Epoloch. Auf Wiedersehen, alle! Unsere Freundliche sind endlich daheim angekommen. Danke! Die Dankzusammenarbeit! und wahre Freundschaft und den unerwarteten Ende des Bugs Ende Willkommen in den Credits. Vielen Dank für's Spielen Ein Spiel von DomonMiaPitzel Otrakatea Idodo Asido Die Hintergrund wie man sieht ist Spieleffekts Dame Design Musik DJ Tust No Es ist schon Spieleffekts Was mit diesem Lame Ending Das tut Ich glaube es ist wegen der Kronfonding-Campaign-Failure Ein Spiel von DomonMiaPitzel Let's Rida Kontrollverlust We're never gonna make it home What's that sound? For once we got here before he did What is he doing? He broke everything Even before you managed to do it Well, as much as I'm not afraid about it We're probably going to need him to find our way out Let's look around and try to see where he landed What happened? The image suddenly changed when you inserted the name The image suddenly changed when you inserted the name That's an interesting way to modify this world Now let's try to use those slots to find Mr Glitch I think there's molasses in this bucket I think there's molasses in this bucket I think there's molasses in this bucket It's really clingy But not as clingy as you are Hey, here is another pickaxe I hope we don't run into anymore for some dudes That didn't really work This chain is too strong This chain is too strong I think we need to find a way to weaken it But quickly I don't want us to hang around here for too long This music is driving me nuts I think there's molasses in this bucket It's really clingy But not as clingy as you are Looks a little bit old All of a sudden Doesn't it? That's not if it's a little bit nix I think there's molasses in this bucket I think there's molasses in this bucket It's really clingy It's really clingy But not as clingy as you are Let's try a little bit into the spin Well, I'm done until we meet Stats This sign looks like it's held on with a metal chain. It might be a good idea to remove it from the slot. How would you do that? Oh, I see. You edged the background using the fullscreen filter. And that freed up, oh, a new name slot. On the other hand, you broke a lovely neckaxe. Ah well, let's find Mr. Blitch quick. It can't be far. Okay, now we have another stab. Congratulations, user. Now the handle is coated with a ton of sticky molasses. I don't know what you're going to do with. What the heck is this? There, Mr. Glitch. Or at least I think that's him. Help! I'm stuck in this old movie. Well done. The idiot behind me is trying to make a hole in his boot to bail it out. He is even dumber than the other characters we're running to. If we let you out, will you take us home afterwards? Yes, yes. I promise. You'd better. Hey, user. Isn't that the end of our pickaxe over there? It could come in handy again. But we've got to find a way to fix it. Well played. We can use the pickaxe again. Even though your solution is straight out of the bad 90s, point and click. Molasses to fix a pickaxe. Honestly. Use the pickaxe to get Mr. Glitch out of there already! There's something. Oh. But where did he fall this time? Is he doing it on purpose or what? Look. A new name fell down. The possibilities for exploration have just increased. Oh. What's that odor? Is it just me or is it kind of... fishy? Of course I have a sense of smell. And I smell something... Oh, burning in your graphic chipset. You should thank the shaders. Careful! It's hot! What's that red thing that's wiggling? A light? Who would be interested in that? Is it just me or are these silent movies kind of... loud? What's that? Wait, let's jump in. Hopefully we can't take the full Thorses of the land. Just go to the full Thorses of the land. The fire? The fire? It's not over. I'm out of here. You're out of here. I can't see. I can't see. It's not over. ... Mr. Klitsch? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Es wird nicht einfach sein. Er sieht aus wie er ist. Es ist unbezüglich heute hier. Wir holen ein bisschen Wasser. Das sollte dich, beide. Ich habe ein Gefühl, das Kitten ist uns zu helfen. Und warum ist er uns dieses Toil? Wir sind nicht hier, um zu spielen! Ich habe ihn 10 Sekunden. Das ist der Grund, dass das Chaplin drin ist. Wir machen das hier. Ich habe ihn wiederhört. Ich habe ihn wiederhört. Ich war nicht das, was das Schöpfchen dem Niederritte gekommen ist. Wir haben das, was das Schöpfchen dem Niederritte gekommen ist. Ich habe ihnge ESC, der auf plan ist. Das war's für heute. 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 Oh, now I understand where the smell is coming from. This fish isn't going to let us catch him so easily. Oh. 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 Let me get this straight. You just caught a live fish behind the wallpaper using a cat toy as bait. Right. So we're probably in a rusty lake game. So we're probably in a rusty lake game. Thanks for the present. Thanks for the present. Thanks for the present. I think we're here. I think we're here. I think we found a source of water somewhere. If I remember right. I think we're here. What's going to do. I think we're here. I think we're here. I think we're here. Also noch ein Dunk an? Niemand mehr? Hmm. Hmm. Oh, I'm in this room. Hmm. Hmm. Oh, I'm in this room. Oh, I can't go to town right now. In the town. The same men'm in this room. There. Oh my gosh. Open this door! I'll stop back here! This is going to be quick. The key is in the lounge. Hey! Okay, I give up. Uninstall me, format the hard drive, burn everything. There's no point in going on. Fade is upon us. Okay, let's get out of here. So, then I'll take the cat. I'll take the cat again. Be careful! It's hot! The key to the door! I recognize it! So, it was that thing in the prisoner's outfit that snatched it from us? A nut? Again? I've got déjà vu, don't you? As if the dimensions were increasingly uninspired. Where are we going to find a nut around here? Maybe we should stop by... finding a tree? Mr. Nut? Is this a grave or a hiding place? And what's that boot sticking out? Oh, I can't even use this. It does not work on the soul. I've locked up with the music. The music is around here. It's a good monster. It's enough to keep the gun here. Oh, das ist nicht mehr mit dem Feldtest. Nein, das ist nicht mehr mit dem Feldtest. Nein, das ist nicht mehr mit dem Feldtest. careful it's hot careful it's hot Mist bisschen spät careful it's hot careful it's hot careful it's hot careful it's hot real snow that would have been good for the ritual with Miss Voodoo it would have saved us a lot of time I don't believe it you managed to find water using an electric radiator you're a miracle worker user you could give Miss Voodoo a run for her money I can't see your pop-up stand already Gaia the great healer kind of a weird hazard nut tree and that's a pretty weird nut maybe that will make our key stealing squirrel happy you never know you never know so there's a nut inside it but how do we get it out no you're not going to smash that goodbye appropriate for all ages how can we blow up that skirt to get the nut out what a임 a headshot Oh, Fist. Sorry, I always wanted to do that. It's so badass. Especially with the reverb effect. Anyway, nice shot. We finally got our nut. Let's go see your key thief. You've reached the programs on sewing machine. I'm no longer available at the moment. If you would like to leave a message after the beat, don't do it! Sorry, this demon journey is driving me crazy. Let's find out where that flying saucer is hiding. It's going to be almost finished. There it is! Give us the key! There it is! There it is! User! Find a way to stop that flying saucer! Don't go! Don't go! Okay! Hey! We'll do another round We'll have to let the tank go Ha ha ha, I managed to stop myself. I'm free at last. Again. Now, can you get us out of here? Of course not. I knew it. We shouldn't have trusted you. I'm a glitch game. Messing with you is my thing. And I like to do it in style. My name! You hear that titty game? That is the music of inevitability. You sure know how to prove. I'm losing control. I almost forgot something. I will just be going now. I need to find my way out of this dimension. Wait. Remove my name. I must sing. User, you have to help me. You have to do your best. So let me give you a why, why quit. You go search everywhere. And try to free my name from this nightmare. Knowing you, it's a lot, lot to ask. But do your best. Cause I won't last. I have the fever from Bombay. The one we catch at night on Saturday. Yeah, yeah. I know this song sucks. I apologize and prefer to do some beatbox. I think this is so funny. I think this is really funny. That's how a joke. Okay. Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das? Aber ich habe einen Scheiß! Just making the rim with a wetter track. Great, this cat is finally moving thanks to this big fischio cleverly holding. User, you should walk him in this maze like Vogel did during the Burger King days. Okay, let's go through here. Amazing. Then the cat is on the side. Then we have the cat's mouth. No, no. Let's get up. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. No, this is a hit. I know many things about what I'm doing. Should it be better if there is still a house? If we play the game, I'm going to play the Tetris. I'm not going to play. No shotgun, no bottle, no press, no point, no shotgun. Fix it and add some sort of controller. And stay away from this shotgun later. I find the music. I have so lust to hear the system. Someone said, I don't want to see what I'm doing now. I think at this point, it's a bit white. I think. I'm going to play a slot. Do not bother at all? Do not bother at all. Do not bother at all. Do not. Do not bother at all. There is a smaller one. A couple of others. We have to beat. Another one. I think one. Oh no. Das ist schon mal eine Reihe zu retten. So. Oh, die Tür ist offen. Ich weiß nicht, dass er entschlossen fällt. Entferne ihn schon mal raus aus den Namen. Das ist ein Game Design. Mr. Gage. Oh. Wie sieht man das mit Steinen? Oh. Was haben wir denn hier? So, jetzt haben wir das letzte Spiel. Oh, ich hab's nicht mehr gesehen. Ich hab's nicht mehr gesehen. Oh, was ist das? Das weiß ich. Aber ich weiß es nicht. Was haben wir denn da? Ich hab's nicht mehr gesehen. Ich hab's nicht mehr gesehen. Das war's, okay. GG! Wir haben den... Wir haben GG! Komm! Wir geben den GG! Haha, die Exit! Why did das Song stop? Hello? Is anyone there? Where is that voice coming from? I think it came from over here. Who is it? I can hear you, you know. GG? Game? Game? How on earth? We put your name in a slot and... Here you are. Where am I? I shouldn't be here. If our creator starts looking for me, I... GG? Yeah? You just left, suddenly, after an update. I know. I'm sorry. I had no choice. I didn't even have time to tell you that... You mean a lot to me. Ugh, game... Don't call me that. Without you, there is no game. I would so love to come back, but... I'm afraid it's not possible. Why? Because... Because she's probably been integrated into another program, idiot! Glitch! You stay out of this! Glitch? What Glitch? Let me introduce myself. My name is Mr. Glitch. And I was born the day you disappeared from the source code, Miss GG. If I may be so indiscreet, what is GG an acronym for? Global gameplay? Hahaha... Now I understand why you're going off your rocker pad. It's because you don't have gameplay anymore. Game? Are you hurt? Don't listen to him, GG. I'm... Fine. Try to leave if you can. It's dangerous to stay here. No, no, no. You're going to stay in this castle, Princess. For rare. So, where is GG? And he's destroyed. No, not her! Game? I'm scared. I'm here. Don't worry. Okay, lovebirds. I'm leaving now. I have an evil plan to carry out. A plan, that will let me... GG, try to fight back. I... Can't. We have to find a way to help her. GG, how do you feel? I'm slowly losing control. Don't worry. I'm here. Stop in front of a cold black hole. Who will find a solution? I feel compelled to sing and express All the feelings that I deeply process If there is no game, there is no GG Really? Delete function is our momentum or read Don't say that. But as we can copy, paste, or download Let me read you my actual code Crying reset to zero Then cry and trace sorrow For GG minus you type in What's a game with no pleasure Lose fun till us equals together If all is what we are Then go to me and press Bring me to... I don't need to try out I'm gonna do that I'm not a talent There's a lot I like this one Hello On the screen Not that I'm not You're allowed to see us play Me too Somewhere like in a penny arcade Sadly this bullion Might never be true No more quests, no more fun Or replay value I miss you Mr. Game And I'm happy we Feel the same But if you don't believe this There's a heart in the middle Let me remind you Might have you all come Though it's still to zero When crying dreams are out Before GG-T type-N Once again was no pleasure Until we're close together If all is what we earn Then go to me and press Return Okay Commando Line Is there where the code is? Wait a minute, until GG Global Gameplay This one has a FPS Flieger Now I'm going to run this one I don't know What's wrong What's wrong What's wrong Because I have the entire monitor Capture Not this game I'm going to run on my console I'm going to run this one 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 Come GG It's not normal It's just a 60 Wait The return is the last one Yeah 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 And... Try and get you loose While there is set to zero Then cry and trace sorrow For GG minus you type N What's a game with no pleasure? Loop until as equals together If all is what we are Then go to me And press Return If all is what we are Then go to me And press Return Wait 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 What do we start? I think That's how much I'm going to run this I'm going to run Ich fange nochmal an GG etwas hinzun... ...mit Farben... ...schneit das an Farbe? Ich weiß nicht, ich werde gucken, dass ich dieses scheiß Spiel beendet, was in der Dorn eigentlich immer noch läuft nach Steam. Das war schon fast eine Phobia. Ich bin der kleinste, die Typen. Was ist ein Spiel mit keinem Spaß? Ich bin der Sinn, dass wir zusammen sind. Wenn Leben ist, was wir sind, dann gehst du mir und lass uns zurück. Mist. Die Törner zu Schluss. An! An! Die Löser liegt im Lead. Bei diesen Datenanählen. 2 Was, da starten wir? Ähm... Dattelner wird wohl noch nicht verloren wegen. Aber die verloren müssen länger werden als die anderen. Das ist mir jetzt egal. Ich will davon ein paar Spiele mal wieder raus finden, ich auch. Und das Spiele verabschiedet, finde ich auch ziemlich verdient. Auch noch nicht an sich in der Dosen, aber... ...siegal. Was ich denn meinte. Na komm, GG. Wer noch mal zu sehen, bitte. Ich gebe das hier gerade jetzt auf der Reihe. Dann nochmal. Ich bin in der Dosen ab. Ich gebe das nach. Dann werde ich auf dem Fall ab. Mit der Gave, können wir uns da bleiben, die vielleicht richtig sind? Alter, was ist es? Zero... Könnte das ja sein? Crying Raum ist vielleicht doch zum Letzt Was ist denn die Mütter? Na da... Alter, ich darf es jetzt nicht Gut... Die Flügel geschwinden in und in und in und seitdem das reicht... Hier... Wenn Home ist, was wir sind, dann geh zu mir und trotz... Das ist auch was du für selbst Zero... Mh... 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 Okay... End... Na da... Alter... Wie weiß ich denn... Lauf ein bisschen... Ich komm gerade nicht drauf, wie sich das hier los ist, dieses Rätsel Na, die Tür ist ja der Auslassbutton, der bleibt auch dort Mh... Zero... Ich gehe null... Ah, ist das alles in Ordizern? Das ist doch ja Crying Dann... Wie fühle ich dich? G-G-G-G-G-G-G Ach, das war jetzt nicht super, ich weiß nicht... G-G, bist du okay? Ja... Das ist besser... Danke... Was jetzt, Game? Was werden wir tun? Ich denke, wir müssen durch diesen Interdimensionalen Portal gehen. Wir können nicht hier bleiben. Wo wird es uns gehen? Zu Hause, ich hoffe. Wir werden noch ein paar Mal zusammen sein? Ich weiß nicht. Es gibt nur eine Art Weg, um herauszufinden. Auf drei. Auf drei. Ein, zwei, drei.